So und jetzt wird wieder geschickt hier auf der Bühne und zwar aus dem Bereich Move kommt jetzt Lolli, Startnummer 14 und ist 15 Jahre jung. So und jetzt wird wieder geschickt hier auf der Bühne. So und jetzt wird wieder geschickt hier auf der Bühne. So und jetzt wird wieder geschickt hier auf der Bühne. So und jetzt wird wieder geschickt hier auf der Bühne gefallen. Schön. Lolli, war das eine Choreografie von dir? War das eine Choreografie von dir? Freestyle. Auch du nur Freestyle, also aus dem Bauch und aus dem Herzen raus. Ja voll. Es wurde vorher noch was repariert und zwar sind die Socken kaputt gegangen und die wurden nachher mit Gaffe zugeklebt. Genau. So ist es. Aber auch das funktioniert. Nein, sie sind wieder offen. Naja. Aber geschickt hast du. Fix. Fix. Und das werden wir auch nochmal sehen. Ein Riesenapplaus für Lolli. Ja. 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 Ja.